So Freunde, Willkommen zum letzten Tag des blutigen Kampfturniers. Keine Heilung, keine Wiederauferstehung, 4 Sterne und Lila ist gesperrt. Wir werden mal gucken, wie wir es beenden können. Ich hoffe auch, dass die anderen Videos alle rechtzeitig online gehen, weil die müssen noch gemacht werden. Und ich war jetzt den ganzen Vormittag an der Uni. Ja, also es ist alles ein bisschen so am letzten Drücker. Falls irgendwas eine halbe Stunde später kommen sollte, er hat nicht in Panik geraten. Es kommt alles. Keine Panik. Gut, ja, wir sollen wohl dann auf D bleiben am Ende. Jetzt ich glaube ich auch nicht mehr viel tun, oder? Vielleicht, wenn wir Glück haben, noch einen Angriff kriegen und den gewinnen, dann noch ein C, aber habe ich nicht viel Hoffnung irgendwie. Naja. Gut, ich bin gespannt, gegen wen wir heute noch doppelt spielen. Wollen wir mal sehen. Vielleicht spielen wir auch gegen irgendeinen Dreifach. Dofus. Ja, das ist Dofus. Okay. Gut, zwei Grüne in der Mitte. Das ist natürlich schön für Rot. Das gefällt mir hier. Ich würde ja tatsächlich sogar, weißt du das, wir geben mal, mache ich gerne eine Pause. Er hat viel gemacht die Woche, aber dafür werden wir mal jemand anderes reinbringen. Und zwar nehmen wir da mal den Falten mit. So. Schon mal gut. Zwei blaue hier für dich. Du zum Clean. Vom Attack Down, vom Brand. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Alternative werden grün, aber da gefällt mir mein Catmon im Kostüm nicht. Da ist sie besser. Deswegen spielen wir mit. Mit blau. Wenn ich jetzt grün, ja. Na, wenn ich grün mitnehmen würde, wäre, wäre jetzt. Würden wir mehr Schaden machen mit zwei grünen auf grün, als mit zwei blauen auf grün. Aber gut. Pass drauf. Ja, warte mal. Die, die tauschen wir noch mal eben ganz kurz. Na, du behältst die. So. Der Falke ist ja eigentlich nur dafür da, um den elementaren Defense Down zu machen. Und dann kommt Kilian. Deswegen der, die Angriffstruppe. Das haut auch so weit hin. Viel Dank. Können wir loslegen. Auf geht's. Let's go. Komm. 24-1. Das wollen wir mal sehen. Okay. Lila geht in rot. Blau geht hoch. Blau geht hoch. Was hier kommt, wissen wir nicht. Wenn wir Glück haben, was blau ist. Wenn ich die grün mache, das gleiche mit denen. Aber die grünen kann ich auch noch machen, wenn ich das hier mache. Wir machen erstmal das und dann gucken wir, was kommt. Sehr schön. Da ist genau blau nachgekommen, so wie ich es, wie ich es gehofft hatte. Wenn wir jetzt, oh, warte mal. Am liebsten wären wir natürlich das hier. Da spielen wir richtig viel weg, aber dann ist auch wahrscheinlich die olle Sumpfhexe geladen. Na, ja doch. Vielleicht nicht ganz, aber schon sehr nah dran. So, das heißt, die Überlegung wäre, wir spielen die grünen hier. Das war der Move, den ich gerade noch hatte. Um die blauen zusammenzukriegen. Das wäre nicht schlecht. Zumal, wenn wir das hier spielen, geht der rote. Hier könnte dann auch noch irgendwie was kommen, vielleicht. Ich würde das mal ausprobieren. Okay. Wenn ich jetzt die gelbe spiele. Wir ignorieren den gelben Diamanten. Wobei, den könnten wir sogar machen. Wir könnten das Match machen. Es ging mir nämlich darum, die gelben zu spielen, um den roten hier hinzukriegen, was dann im blau geht. Wenn ich aber den Diamanten mache, dann setze ich der Diamant eigentlich dahin. Der rote geht hier hin und der rote müsste dahin gehen, weil der gelbe bleibt. Also ich hätte hier vier rote, zwei, die in die Sumpfhexe gehen und damit müsste sie tot sein. Gut. Das war schön. So. Unite ist fast voll. Die blauen sind auch voll. Wenn ich mit den, die blauen spiele. Ja, ich glaube, ich komme nicht drum rum, dass Sonja auslösen wird. Deswegen würde ich mal sagen, wir spielen die grün und bringen das alles mal hier ein bisschen näher zusammen. Vielleicht können wir hier auch rot ghosten. Nein, können wir nicht. Ist aber wunderbar, weil wir jetzt haben wir nämlich einen blauen Diamanten, der dann in ein rotes Match reingeht und haben uns da was richtig Schönes erarbeitet. Wir haben hier Steine drunter, deswegen würde ich mal mit dem Falken und Kilian schon mal da drüben hingehen. Mal gucken, da können wir schon ordentlich Damage machen. Hier gebe ich mal einen mit, damit wir auch Minions haben. Weil ich habe hier, ich will das rote Match machen und damit hätte ich sie nicht gekillt. So, dann gucken wir mal, dass wir, warte mal, du kannst ausweichen. Okay, dann haue ich dich raus. Du kannst mich nicht ausweichen. Das war wunderbar. Oh, stark. Gut gemacht. Gut gemacht, Season 5. Passiv. Nicht schlecht. 79 Schaden, die ich brauchte. Okay. So. Rot unsere starke Farbe. Ich weiß, Erkonten kann auch ausweichen, aber irgendwo muss ich ja dann auch mal mit meinen Specials hin, ne? Okay, perfekt. Praktische Meisterleistung. Für jeden, der es notieren möchte. Oh, volle Truppen. Okay, das wird interessant. Mit Meliki, mit Lee, mit Ferrand. Da brauche ich Boni Entfernung. Da würde ich tatsächlich dann sogar sagen, ähm, warte mal, der Attackdown, den sie macht. Warte mal. Ah, okay. Wenn ich mit Rot spiele, kann ich es nicht säubern, sonst kann ich es säubern. Äh, sie steht hinten in der Ecke. Äh, ich werde wahrscheinlich mit Blau reingehen und mit Gelb. Ja. Nehmen die Roten raus. Ich will mit Anastasia spielen. Ähm, dann kann ich dich auch anders gleich, äh, nutzen. Die machen wir hier, oder warte mal, eigentlich kann sie auch hier hingehen. Wir nehmen auch eine Lee mit. Und, und dann nehmen wir noch einen. Ah. Gefällt mir, gefällt mir von der, von der Optik her nicht, wie ich es jetzt mache. Mit drei Blau da, zwei Gelb da, aber ist egal. Könnte natürlich, naja, nee. Will Anastasia schon außen haben, in der Hoffnung, dass sie dann nicht so häufig getroffen wird. So, jetzt nehmen wir dich mit. Weil wir brauchen ja, obwohl Minion gegen Ferran ist natürlich auch nicht ganz so geil, ne. Man muss halt gucken, dass Sonja, dass ich Sonja immer am Start habe. Oder macht es dann vielleicht Sinn mit Grün? Ich glaube, es macht mehr Sinn mit Grün. Zweiter Boni Entferner. Mir dann irgendwie doch ein bisschen zu heikel, wenn ich ehrlich bin. Ja. Das, wir nehmen ihn mit. Machen wir das mit ihm. Okay. Der Rest gefällt mir. Also, auf geht's. Okay, Grün. Das ist schön. Besser als Gelb. So, hier haben wir ein grün-blaues Match. Das ist ganz nice. Dann. Hier Grün. Wenn ich den, dann würde ich den wahrscheinlich spielen und gucken, ob ich hier noch was Grünes kriege. Wenn ich hier unten was Grünes kriege, habe ich hier ein grünes Match, dann habe ich meine grünen. Aber wir machen erst mal das hier. Okay. Dann. Will ich einmal gucken, was hier kommt. Okay, gut. Jetzt spiele ich den runter. Jetzt spiele ich den. Okay, perfekt. So, sie kann widerstehen. Das ist ein Problem. Weil sie ist ja Monk. Er hat schon drei, drei Viecher hier gemacht. Oh, Respekt, ey. Überlege, ob ich Ferrand blocken soll. Oder wir versuchen das. Das kann natürlich in die Hose gehen, ne? Ich versuche das mal, weil dann würde ich den Diamanten reinspielen. Oh, hat geklappt. Gut. Jetzt kann ich da ja reinspielen. Dann werden wir in Ferrand reinspielen. Ich mache den roten. Das meiste geht in Lee rein. Okay. Gut. Erstmal in Ordnung. So, dann gehe ich mit ihm hier hinten hin. Dann gucken wir mal, dass wir Lee gekillt kriegen. Müsste eigentlich machbar sein. Ja. Okay. Gut. Dann machen wir das so. Jetzt hoffe ich mal nicht, dass Nebel hier die, ja, okay. Die in die Grimm-Seite nimmt, wollte ich gerade sagen. Das war sehr gut. Da, wo ganz viel Schutz ist, das ist gut. Ja, jetzt kriegen wir nämlich keinen Attack ab. Das ist nämlich die Schweinerei an der Sache. Hm. Aber gut. So, wir machen erst das hier. Ja, normaler Slowdown. Der Hänsel ist voll am Arsch, ne? Das kommt komplett durch. Okay. So, jetzt hole ich mir Catmon. Damit wir dann wieder den Quatsch von Ferrand loswerden. Okay, das müssen wir gar nicht mehr. So, jetzt kümmern wir uns hier um die Seite. Aber Catmon, bester Mann, ne? Catmon hält allem Stand und hat einfach nur drei Viecher. Der hat seinen Spaß hier bei der Runde. Sehr gut. Okay, Miliki. Hasta la vista. Soviel zu deinem Mana. So ein Grimm rein. Machen wir Mana voll einmal für sie. Nehmen wir hier die grünen. Dann nehmen wir die grünen. Oh, das Mana war aber jetzt hat aber gar nicht so lange gedauert hier. Hat sie irgendwie so ein Passiv, dass das verkürzt oder was? Man weiß es nicht. Okay, perfekt. Sehr gut. Okidoki, weiter geht's. Miliki gegen Tufi. Ist das nicht Team Shiner? Ja. Auch volle Embleme. Doppel Ferrand. Ja, da, gute Nacht. Ja, spielen wir das gleiche Team, ne? 2 Boni-Entferner, Schwerpunkt Blau. Einferrand sogar gebraked, aber ohne Embleme. Okay. Heißt nix. Kann mir trotzdem das Knick brechen. So. Die grünen gehen in lila. Dann kommt Weiß keiner. Ja, natürlich auch die lilanen spielen und mal gucken, was dann kommt. Aber der gelbe setzt sich dahin. Wenn hier ein grüner hinkommt, dann hätte ich hier 4. Na komm, wir machen das mal so. Jetzt mach ich das so. Vielleicht kommt noch... Ah, schade. Ich hab gedacht, Blau könnte eventuell nachkommen. Aber dem war nicht so. Ja, spielen wir das mal so. Perfekt. Jetzt machen wir grün-blau. Oder? Warte mal. Wenn ich den blauen spiele, geht... Der blau... Äh, ist der grüne da. Der grüne ist da. Ah, bringt mir nix. Ich mach das so. Okay. Wenn Carlo irgendwas macht, kann er ja machen. Ne? Wenn er entfernen kopiert, ja, dann ist das so. Dann soll er das machen. Aber ich würde... Eigentlich mal eben gucken... Für sie ein bisschen andetschen. So, gut. Ach, warum ist sie denn jetzt noch mal dran? Ach, die dumme Nuss. Okay, er kriegt erst mal... Ja, gut. Wo... Gehen wir jetzt hin? Ich mach das mal noch so. Wir spielen da mal noch fröhlich rein erst mal. So. So. Ich versuche... Ich bin noch in der... In der Sammelfase hier, ja. Er ist angedatcht. Dann nehmen wir sie. Okay, perfekt. Jetzt können wir hier ghosten. Gut. Jetzt kümmere ich mich um ihn. Catwoman hebe ich mir auf, weil gleich werden beide Ferrans auslösen, beziehungsweise dafür werden wir jetzt sorgen, indem wir das Match machen. Genau. Okay. Oh je. Oh je. Oh je. Ah, du glaubst das nicht. Holy moly. Ja, mach ruhig... Kopier ruhig doppelt den Gegenschlag. Mach du mal. Oh je, was war das denn? So, jetzt haben wir zweimal ein Gargoyle hier am Start. Okay, warte mal. Wie können wir das denn... Ich will die Gargoyles eigentlich mit meinen Minion-Angriffen die Ticks dann da kommen. So, Gegenschlag ist weg. Ich hole mir mal erstmal Grimm wieder. Okay, der Gargoyle ist am... Okay, alles klar. Wir sind wieder da. Feuer frei, würde ich sagen. Zack, zack. Ach, ausgewichen. Nein! Der weicht jetzt allem aus. Ernsthaft? Ich haue jetzt einfach drauf. Komm. Weg mit dir. So. Ja, da spüren wir jetzt erstmal rein. Mehr Zeit. Gut. Wir haben da einmal... Einmal Abzug gekriegt. Jetzt feuern wir... Ganz gemütlich... Die Specials rein. So, komm. Mein Asiate, du schaffst das. Die Kilinklinge. Komm. Komm, Junge. Sehr gut. Okay. Ja, da geht's. Ja, das kann ich nicht lesen. Am besten will ich nicht. Brontes. Gute Dosis Knoblauch. Was ist das? Das ist so ein Heiler. Warum macht man denn sowas? Na gut. Komm hier aus. Drei Rote, zwei Blaue. Drei Rote, zwei Blaue. Ich hab ne Kelile da gesehen, ne? Deswegen. So, und dann nehmen wir drei Rote mit. Oh, ich spiel jetzt auch mal mit Ferrand. Komm. Machen wir mal. Lunat nehmen wir auch wieder mit. Kilian. Ich nehm Maegan mit. Feinde sind immer gut. So, dann können wir das tauschen. Zack und zack. Gut. Okay. Oh. Wenn die Minions hier kommen, dann nimmt er sich, nehmen die sich schön selber Mana, wenn sie auf Ferrand gehen sollten. Na, das wissen wir ja noch nicht. Okay. Ich guck gerade hier. Den Diamanten, ne? Den Lilanen. Dann hab ich hier vier Blaue. Dann müsste ich gucken, ob wir hier irgendwie was kriegen. Das dauert natürlich ein bisschen langer, ne? Wenn wir das so machen, dann kriegen wir hier die Blauen hoch. Haben hier ein blaues Match unter ihm. Wir haben ein blaues Match unter ihr. Dann zusätzlich, wenn wir das spielen, geht der Rote hier hin. Der Rote ist da. Das heißt, wir können entweder in Gulen Bursti oder in Kilile das Rote Match machen. Vorzugsweise in Kilile, weil sie ja schon Damage kriegt. Und hier kann natürlich auch, wenn wir den machen, ich würde das erstmal machen. Wir gucken mal, was da passiert. Okay. Wenn ich jetzt den Diamanten rüberziehe, was ich machen werde, auf jeden Fall, weil ich hab da ganz viele Chancen, ne? Ich hab zum einen die Chance, wenn ich den nicht den jetzt poppen, ne? Sondern rüberziehen. Weil wenn ich den jetzt nur einfach poppe, dann bleibt der hier der Gelbe. Wenn wir den rüberziehen, dann kann hier ein roter kommen. Das geht voll rein. Dann kann dadurch, dass hier alles frei ist, hier ein blauer Diamant kommen. Hier kann theoretisch ein blaues Vierermatch kommen und so weiter und so fort. Ne? Ganz, ganz viel. Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und es passiert gar nichts davon. Sehr schön. Okay. Dann. Dann, dann, dann. Machen wir das so. Wie gerade überlegt. So und Ich muss jetzt meine blauen sammeln, ne? Weißt du das? Wir machen das nochmal so. So. Na komm, dann sammeln wir jetzt auch rot weiter. So. Kannst du ausweichen? Nein. Aber ich habe auch keine Lust mehr auf dich. Geh weg. So. Dann kümmern wir uns jetzt um ihn. Lass doch den Ferran in Ruhe, Mensch. Was passiert genau das? Was ich, ähm Nicht, was nicht geplant war, aber dass sie halt auslösen, dass der Minion sind. Ach, aber Ferran ist tot. Ach komm. Komm schon. Warum plane ich das denn so, wenn du dann wieder sowas machst mit mir? Garn drauf. Kümmern wir uns jetzt um den Burschen, ne? Hier kann blau kommen. Natürlich auch nicht. Okay. Okay. Jo. Ich würde mal sagen, wir machen mal, weil er löst da hinten sowieso aus. Hier unter ihm hatten wir sowieso nichts, also können wir mal gucken, was wir da so kriegen. Spielen wir erst. Wir ghosten die, diese roten. Dann haben wir die Chance, raus, dass hier unten auch nochmal rot kommt. Was nicht passiert. Äh, wir hauen ihn raus. Gehen wir mal gern drüben hin. Ja, das ist okay. Tschüss. So, also noch ein. Einen müssen wir noch. Kodok. Kodok. Kim Kach. Vietnam United. Okay. Kodok. Kim Kach. Was machen wir? Drei, drei blaue. Drei blaue, zwei rote. Ne, ne, drei blaue, zwei gelbe. Drei blaue, zwei gelbe. Der Rand hat nicht funktioniert. Lee oder Griffin. Lee oder Griffin. Wir spielen mit Lee. So. Das ist Defensivtruppe. Die brauchst du nicht. Machen wir so. Und dann nehmen wir noch die mit. Du hast Angriffstruppe, du hast Angriffstruppe, du hast das. Okay. Gut. Dann sind wir ready. Auf geht's. Let's start. Okay. Blau. Das ist schon mal schön. Kein, kein, kein gelbes Steinchen. Kein. Einziges. Okay. Sehr schön. Gut, dass wir nicht, äh, drei gelbe genommen haben. Gut. Also. Blau unter Unite. Blau unter Kelile. Hier unter Nebel. Wobei, ich würde das tatsächlich wahrscheinlich so machen, dass wir den hochspielen. Dann haben wir hier vier verbraucht. Dann ziehen wir den hoch. Dann haben wir insgesamt sieben und machen dieses Match. Wenn ich den jetzt mache, hier die Bombe hier, dann muss ich einen Zug mehr machen und so weiter. Deswegen machen wir das so. noch erst den. Du kennst das, durch irgendeine ungewollte Kaskade passiert gleich irgendwas. Dann würde ich sagen, machen wir den ruhig hoch. Ich habe gehofft, dass hier unten vielleicht irgendwas kommen würde. haben wir auch im Grunde genommen. Wir spielen die gelben und dann haben wir ein gelbes Match für uns und gleichzeitig danach ein blaues. Das heißt, ich würde erst mal zusehen, dass wir Nebel wegkriegen. Was ich aber nicht schaffen werde. Vielleicht kommt der Brand. Ach, das ist undankbar. Vielleicht kriegen wir, ah ne, wir kriegen sie weg, bevor der Brand kommt. Das ist gut. Aber wir spielen das so. Perfekt. Ich habe nämlich gehofft, dass da was Blaues nachkommt. Okay. So. Er löst gleich aus oder er löst gleich aus und er löst jetzt aus. Also spüren wir da rein. Auch gut gelaufen. So, er kann ausweichen. Deswegen killen wir erst mal den, den wir killen können, der nicht ausweichen kann. Und dann schauen wir mal, was er hier so drauf hat. Okay. Zu spät, Anastasia. Okay. 24 zu 1. Offensiv. Leider, leider haut uns die Defensive richtig einen rein. Das wäre ein wunderbares Turnier gewesen. Guck mal, wir sind 3000 Punkte dahinter. Wenn wir einfach ich sage mal zwei Tage ein A kriegen statt ein D, dann haben wir schon mal 1000 Punkte mehr. Naja, sogar 1000, ne, 500.000 Punkte mehr, ja. Dann sieht das alles schon ein bisschen besser aus, ne. Aber da siehst du mal, was für einen Impact die Defensive hat. So kann es offensiv top sein. und die Defensive, dann kommst du vielleicht mit Ach und Krach in Top 1% rein. Obwohl du, obwohl du 24 zu 1 offensiv bist, ne. Also, deswegen, wer, wer A Defensive immer ist, sollte sich eigentlich immer einkaufen. Weil die gibt so viele Punkte, diese A Defensive, da kannst du richtig viel mit raushauen. Das ist, teilweise schon ein bisschen unfair. Weil, ich habe jetzt in den Tage gesehen, hat einer gesagt, wir haben die gleichen Punkte, oder war es im letzten Turnier, ich habe aber schon, er musste mich aber schon einkaufen. Einfach, weil die Defensive die ganze Zeit auf B oder auf A war. Das ist halt, ist halt Wahnsinn, ja. So. Naja, das mache ich jetzt auch gleich noch. Wir haben jetzt richtig viel zu tun, ja. Also, heute kommt noch Allianz-Werbung. Oh. Was hast du da? Drei Beschwörungen, jetzt ausrechnet auch noch in dem Portal oder im Buch. Ein Buch habe ich ja, ne. Ah ne, das Portal ist ja vorbei, Kostümstüssel. Ja, mehr, was anderes. 5,99, für ein Buch. 5 Euro, 6 Euro für ein Buch. Ich habe 15 Stück. Aber nicht unbedingt, ne. Naja, werden wir sehen. So, jedenfalls, ich muss jetzt, ähm, ich muss jetzt meinen Weg hier erst, meinen Empire erst wieder reinfinden. Ja, das haben wir jetzt geschafft. Ziel 1, da müssen wir auch noch die neuen Helden besprechen. Die Kostümhelden, die neuen Kostüme habe ich vergessen, ja, weil es war zu viel, zu viel Stress, beziehungsweise vergessen und auch keine Zeit gehabt. Ja, eigentlich, ich sage mal so, hätte ich mehr Zeit gehabt und wäre im Spiel gewesen, wäre es mir aufgefallen. Also so ein, äh, ne, äh, das ist so, äh, wie heißt das jetzt, jetzt komme ich nicht drauf. Ja, wie so ein Rattenschwanz gewesen. Das eine, hast du nicht gesehen und dadurch entfällt dir was anderes und so. Das war so eine Ereigniskette, wollte ich eigentlich sagen. So eine Ereigniskette von unglücklichen Gegebenheiten. Hat sich sehr kompliziert dann. Gut, jedenfalls, das war's Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann, ähm, im Laufe des Tages nochmal wieder. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.